Hallo und herzlich willkommen zur Lesendung am 18. Oktober 2011. Ja, also wir haben eben einige Sachen gehabt jetzt im Herbst, die interessant waren, zumindest bei uns in Wien. Wir haben die Viennale gehabt und auch die erste Wiener Wiesn, also das heißt das erste Oktoberfest nach bayerischer Art bei uns in Wien. Und auch noch, Halloween auch noch, aber das ist jetzt sehr wenig interessant, hauptsächlich mal so Oktoberfest und Viennale. Und das werde ich einmal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar im Buch vom Ernst Jandl Sprechblasen. Und zwar da haben wir mal, da werde ich eben ein paar Ausfüge vorlesen. Und zwar Film und noch weitere Stücke. Film 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 Fil Fih Fih Im Fi N F Im F N F N F Im F N Film 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 Ja, außer das und äh Der Film, der war auch sicher Lustig, ja? Da werde ich auch etwas Lustiges vorlesen Die Zeit vergeht Lustig Lus-lustig-dick Lus-lustig-dick-dick Lus-lustig-dick-dick-dick-dick Lus-lustig-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick-dick- nach 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 bei jajajajaja ja das ist das ist auch nicht so oft gelesen nehmen in einem threiner reise nach Bayern also die letzten Bei den letzten beiden Folgen waren eher langdauernd, heute habe ich sie eher kurz gemacht und damit bin ich schon am Ende der Sendung und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal wiedersehen.